Vor allen Dingen, ihr müsst bedenken, es gibt kein Video, wo wir nicht zu zweit sind. Wir sind ein Team, ein eingespieltes Team, eine Zwei-Mann-Armee. Willkommen meine liebe Melonen zu einer Runde. Heidens Sieg auf dem Hive-Server. Warum spielen wir Heidens Sieg? Ja, denn... Wir haben wieder zu reden. Wir müssen mit euch reden. Was ist das denn für eine Map? Also, als welchen Block gehe ich denn da am besten? Keine Ahnung. Ich gehe als sehr gute alte Flower-Bot. Ich gehe als Melonen. Ja, warum... Ja, warum... Warum spielen wir Heidens Sieg? Warum müssen wir mit euch reden? Ja, wir müssen mit euch reden. Das geht so nicht weiter, Leute. Also, lol, ich sehe einfach nichts. Lol. Loll? Ja, weil ich genau diesen Blumentopf voll in der Fresse habe. Boah, das ist so ein ekelhafter Bug. Das ist richtig kacke. Du musst ja im F5 und muss spielen. Ja. Ja, warum geht es nicht weiter, meine Freunde? Es gibt so eine Sache, die uns so leicht... ... ganz leicht ankotzt, ja? Ich meine, generell sind wir froh, wenn ihr uns Sachen in die Kommentare schreibt. In die Kommentare oder ihr schreibt uns eine Nachricht. Aber es gibt Sachen... Die gehen nicht. Die gehen echt nicht. Ich will mich nicht beschweren, aber... Doch, eigentlich will ich mich beschweren. Doch, doch, es ist irgendwo schlimm. Vor allem, ihr müsst bedenken. Es gibt kein Video, wo wir nicht zu zweit sind. Wir sind ein Team. Ein eingespieltes Team. Eine Zwei-Mann-Amee. Und ständig schaffen es, Leute in die Kommentare zu schreiben. Ja, dein Video ist voll gut. Ähm. Mach weiter so. Guck auf meinem Kanal, wo wir uns nur denken. Okay, du schreibst in der Einzahl, obwohl du sagst, dass du unsere Videos gut findest. Das stimmt doch irgendwas nicht. Wir hatten mal ein Minecraft-Krone-Video. Da haben wir schon gesagt, dass Sub4Sub so beschissen ist, ja? Ja. Gut, das ist kein direkter Sub4Sub, aber es ist trotzdem irgendwie so Selbstwerbung. Die schreiben bei uns... Yo, du machst gute Videos. Schau doch mal bei mir vorbei. Die Sache ist... Ich kann ja nicht mal davon ausgehen, dass diese Person sich unser Video angeschaut hat, ja? Wenn sie schreibt, du. Und das ist schon so oft passiert. Und ich hab das immer, wenn ich Kommentare beantwortet habe, deutlich... ...gemacht, weil ich dann immer wir, oder danke, dass dir unsere Videos in Caps Lock, hab ich das immer geschrieben, gefallen, ja? Also ich hab das immer deutlich gemacht. Aber irgendwie raffen es immer noch nicht alle. Also, unsere Bitter an die, die es gerafft haben, verprügelt und vergewaltigt alle Leute, die es nicht raffen. Und alle, die es nicht gerafft haben... Und... Lass mich verprügeln und vergewaltigen. Genau. Bitte tut dies. Wir wären euch sehr verbunden. Ich mag nicht mehr FN. Ah, jetzt kann ich... Ohne FN. Ja. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt einfach mal das zum Thema, weil es ist einfach wirklich häufig jetzt vorbekommen. Sehr häufig. Und das ist einfach dumm. Vor allen Dingen einfach die ganze Zeit dieses, mir gefällt dein Video, guck auf meinem Kanal. So, sowas ist doch... Nee. Hm. Also ich mein, ich hab schon einige coole Personen gefunden und so, weil, weil die kommentiert haben oder so. Aber wenn jemand schreibt... Wenn jemand schreibt, ja, dein Video ist voll cool, schau doch mal bei mir vorbei, dann schau ich nicht bei ihm vorbei. Wenn jetzt jemand wirklich schreiben würde, ja, eure Videos sind ganz geil und so, äh, hab ich abonniert und so ein Kram, ja, irgendwie sowas, ja. Äh, guckt doch mal vorbei. Dann sag ich gar nicht nein, dann schau ich auch mal vorbei. Ich schau generell mal bei den Leuten vorbei, die kommentieren oder so. Da muss gar nicht stehen, ja, schau doch mal bei mir vorbei. Aber wenn halt irgend so ein Lackaffel schreibt, deine Videos sind voll cool, ja. Ich hoffe, du schaffst es noch weit und bla bla bla, aus dir kann ja mal was werden. Dann schau ich da nicht vorbei. Dann schau ich da nicht vorbei, ganz einfach. Das ist mir dann auch viel zu doof. Genauso. Hier sehen wir gerade auch mal die neue Hive-Map. Ja, sehr viel sehen wir davon leider nicht, weil ich die ganze Zeit nur in der Ecke stehe. Ist das so schlimm? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall Leute, lasst sowas doch. Ja, bitte. Was bringt euch sowas? Ja, ihr guckt euch nicht mal ein Video an. Und ihr guckt auf irgendwas, schreibt irgendwas drunter und geht wieder weg. So nach dem Motto so, oh, ich schreib mir was drunter. Vielleicht gefällt's dir, ja, vielleicht krieg ich ein Abo und tue so, als hätt ich dich abonniert. Ja. Das ist auch extrem dumm. Und bringt euch auch einfach nichts. Vor allem, da hätten wir schon eine Million Abonnenten. Wenn jeder dir sofort schreibt und schon abonniert hat. Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, klar, Alter, wir haben nicht die Ultracklicks und nicht die Ultracklicks, aber es schaffen trotzdem immer noch Leute, so eine Scheiße unter unsere Videos zu schreiben. Das ist nicht cool, man. Das ist nicht so. Vor allem, wir wissen doch nicht dumm. Eben. Und sowas doch. Ja. Also, wenn euch mal danach ist, ein Video von uns zu kommentieren, dann macht das doch ordentlich und schreibt eure Videos in ganz nice und bla bla bla. Ja, dann kann man drüber reden, dann kommentiere ich auch gern und so. Aber bei so einer Scheiße, go fuck yourself, bitch. Das ist aber echt so. Tut mir leid, ist einfach so, ich hab kein Verständnis mehr für solche Leute. Ich glaub, der hat mich gesehen. Ich wollte es nicht. Ich hab halt leider echt kein Verständnis mehr für solche Leute. Tut mir leid. Okay, ich gesehen, scheiße. Stirbst du noch? Nein. Das wär traurig in den letzten Sekunden. Ja, 5 Sekunden. Oh, dann lasst man auch nicht hinterher. Hätten wir das für das Video auch klärt. Ja. Ich wurde nicht gefunden, das ist auch cool. Aber, ich hoffe, ihr könnt diesem Video trotzdem einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr unserer Meinung gleich seid, teilt, wie auch immer. Wenn ihr uns versteht. Ja. Wenn ihr auch denkt, ja, das sind eigentlich voll die Dumitur. Oder falls ihr selber Videos macht, also selber YouTuber seid, und ihr solche Leute auch kennt, dann lasst doch vielleicht auch einen Daumen nach oben, ne? Und, ja. Ich hoffe, die kleine Runde hat euch trotzdem gefallen. Äh, ja. Ja. Und wir freuen uns über jedes Kommentar, in dem nicht steht, dass wir einzelne Personen werden. Tschau. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.